Wir haben eine völlig veränderte Situation im Umgang von Eltern mit ihren Kindern. Sie haben auf das Nicht-mehr-Vorlesen, weniger Beziehungsarbeit, weniger Kümmern. Aus sicherlich offen und nachvollziehbaren Gründen. Und darauf haben wir uns... Was heißt das? Das klingt sehr erschwammend. Was heißt das? Was ist das veränderte Elternverhalten? Eltern haben häufig weniger Zeit für ihre Kinder, auch weil sie beide arbeiten. Eltern sind vielleicht auch ein Stück weit stärker mit sich selber beschäftigt. Eltern hängen auch selber länger am Smartphone. Die Schule muss viel mehr als früher Erziehungsaufgaben leisten. Und Lehrkräfte, die sich viele auch übrigens in der Ausbildung noch verstanden haben als... Ja klar, Beziehung war immer wichtig in der Pädagogik, aber es ging um Wissensvermittlung, dann ging es um Kompetenzvermittlung. Heute geht es erstmal um Erziehung und dann geht es um Bildung. Und das ist natürlich ein völlig anderer Beruf geworden.